Hi, ich war letzte Woche auf der AMZ Care in Köln und habe dort einen Vortrag gehalten und nach meinem Vortrag habe ich sehr viele Fragen bekommen zum Thema neue Preisgestaltung bzw. Gebotsgestaltung im Amazon PPC, also in den gesponserten Produkten. Dort gibt es jetzt seit kurzem verschiedene Möglichkeiten, wie du die Gebote aussteuern kannst. Von daher möchte ich einfach heute mal ganz kurz erklären, wie das funktioniert. Du kennst es vielleicht von früher oder von dem, wie es 2018 noch die ganze Zeit war. Du kannst einfach für jedes Keyword, das du hast, ein Gebot hinterlegen und Amazon reguliert das Ganze dann selber. Das heißt, so sieht das Ganze aus. Ich zeige dir das hier mal kurz am Computer. Du trägst einfach ein Gebot ein, von dem du denkst, dass es passen könnte, beispielsweise 40 Cent pro Klick. Und dann passend dazu eben das entsprechende Keyword und Amazon regelt Gebote von selbst. Das Ganze hat dann immer so funktioniert, dass die 40 Cent dein Maximalgebot waren. Höher konntest du also niemals gehen und hast damit so eine Art Sicherheitsschirm gehabt. Auch in der Vergangenheit gab es schon die Funktion Gebot Plus. Hier ist Amazon einfach hingegangen und hat dann eben für eine Platzierung ganz oben in der Suche bis zu 100 Prozent dein Gebot erhöht. Du wärst also bei 80 Cent gelandet. Das war 2018 der Lauf der Dinge und die meisten Verkäufer, die ich kenne, haben zu dem Zeitpunkt ohne Gebot Plus gearbeitet. Du hast vielleicht bemerkt, auch damals schon, dass einfach dein Gebot teilweise sogar niedriger war als die 40 Cent, die du eingeboten hast. Das liegt einfach daran, dass wenn du bei Amazon mit dieser Strategie bietest, dann hast du vielleicht mit 40 Cent dein höchstes Gebot. Der nächste, der bietet, hat vielleicht 37 Cent geboten und wenn du die Auktion gewinnst, zahlst du niemals deine 40 Cent, sondern du zahlst das Höchstgebot des Zweiten. Das heißt, in dem Fall würdest du 37 Cent berechnet bekommen von Amazon und hättest den Klick entsprechend gewonnen. Das siehst du immer daran, dass es ja hier verschiedene Spalten gibt. Es gibt einmal die Spalte Gebot und es gibt dann aber auch noch die Spalte CPC, also tatsächliche Klickkosten sozusagen und die ist in der Regel niedriger. Wenn du Gebot Plus aktiviert hattest, kann diese Spalte tatsächlich, also die tatsächliche Klickpreisspalte, sogar teurer sein als dein Gebot. Das möchtest du natürlich vermeiden, weil es hier wirklich super schwierig wird, auch den ARCOS unter Kontrolle zu halten. Jetzt gibt es mittlerweile drei verschiedene Optionen und die erste Option, die du hast, ist dynamische Gebote nur senken. Das ist sozusagen die Default-Einstellung, also die Voreinstellung auf Amazon und so war es in der Vergangenheit auch schon. Das ist genau das, was ich gerade erklärt habe. Also Amazon würde hier von deinem Gebot aus nur senken, aber niemals deine Gebote erhöhen. Das heißt, du kannst ganz klar einen ARCOS definieren, den du haben möchtest. Wenn du dir das ganz ausgerechnet hast und sagst, okay, mehr als 40 Cent kann ich mir auf keinen Fall leisten, dann bist du hier auf der sicheren Seite, wenn du das machst und alles andere deaktivierst. Zweite Option wäre dynamische Gebote erhöhen und senken. Das heißt, Amazon gibt hier an, dass wenn es sich lohnt und wenn es funktioniert, wird es weiterhin deine Gebote senken. Aber falls die Chance besteht auf einen höheren Verkauf oder auf eine bessere Verkaufschance, dann wird Amazon auch dein Gebot erhöhen. Das Problem hierbei ist, das funktioniert vollautomatisch. Du gibst die komplette Kontrolle an Amazon ab und du weißt nicht, ob Amazon das gut macht, sozusagen. Das bedeutet, diese Option ist potenziell gefährlich, ist ein Ersatz für das vorherige Bitplus, sozusagen. Und du kannst hier nur rumprobieren, weißt aber nie so ganz genau, ob das funktioniert und was es mit deinem ARCOS macht. Die Grenze hierbei liegt bei 100%. Das heißt, du musst dein Gebot so einstellen, dass auch bei dem Doppelten von dem, was du eingestellt hast, du immer noch profitabel wärst. Natürlich kannst du hier auch testen und kannst einfach sagen, ja, okay, ich probiere das mal ein bisschen aus und lasse es mal zwei Wochen laufen und dann werte ich das Ganze nochmal aus und gucke, was passiert. Aber potenziell kann dich das natürlich Geld kosten. Diese Einstellung, da gibt es dann noch eine dritte Variante. Die nennt sich feste Gebote. Wie der Name schon sagt, relativ einfach. Das bedeutet einfach nur, wenn du 40 Cent bietest, dann bleibst du auch bei 40 Cent. Es geht nicht rauf, es geht nicht runter. Der Mehrwert von dieser Funktion hat sich mir persönlich noch nicht so ganz erschlossen. Du hast natürlich eine Garantie, was du bietest, aber in dem Fall würde ich dann lieber die dynamische Version, die auch senkt, wählen. Aber das überlasse ich dir selbst. Du kannst es auch hier wieder gegeneinander testen. Alles ist noch sehr neu. Wir haben hier noch nicht sehr viele Erfahrungswerte, was da gut funktioniert. Vielleicht mache ich da auch später nochmal ein Update-Video zu, aber im Moment ist das der aktuelle Stand. Diese drei Varianten findest du, wenn du eine Kampagne anlegst, und zwar in den Kampagnen-Einstellungen. Hier ist es auch egal, ob es eine manuelle oder eine Autokampagne ist. Da, wenn du Kampagnen-Einstellungen anklickst, kannst du dort ganz einfach per Multiple-Choice eins von den drei Varianten dann anklicken. Die normalen Gebote, wie du es kennst, trägst du wie bisher auch in der Anzeigengruppe dann ein. Und diese drei Einstellungen hast du aber eben nicht auf Anzeigengruppenebene, sondern wirklich nur auf Kampagnen-Ebene. Dann hast du hier noch die Möglichkeit, das Ganze natürlich über das Kampagnen-Budget zu begrenzen oder wenn du Portfolios nutzt, dann auch über diese Schiene dort mit einem begrenzten Budget zu arbeiten. In der Kampagnen-Einstellung selber kannst du noch weiter runter scrollen. Da findest du dann nochmal zwei weitere Felder zum Ausfüllen diesmal. Und zwar kannst du dann entweder dich auf der ersten Suchergebnisseite anzeigen lassen oder auf Produktdetailseiten und hast hier die Möglichkeit, dein Budget ganz gezielt dafür nochmal anzuheben. Beziehungsweise nicht dein Budget, sondern deinen Klickpreis. Hier kannst du Prozentwerte eintragen zwischen 0 und 900 Prozent. Die werden zu deinem Klickpreis dazu addiert. Also wenn du 40 Cent zum Beispiel als Gebot eingestellt hast und trägst hier 100 ein, dann kommt deine 40 Cent nochmal 100 Prozent obendrauf und du wärst bei maximal 80 Cent, die du dann bietest. Bei 200 Prozent wärst du dann zum Beispiel bei 80 Cent plus 40 Cent, also 1,20 Euro in dem Fall. Und dann bietet Amazon eben diesen höheren Preis, wenn die Chance besteht, dass du auf der ersten Suchergebnisseite angezeigt wirst oder auf der Produktdetailseite selber, da wo vielleicht vorher auch die PDAs zum Beispiel waren oder eben in den gesponserten Produkten unter den Stichpunkten quasi, die da angezeigt werden auf der Produktdetailseite. Insgesamt sicherlich eine feine Sache. Hier gibt es jedoch noch einen Punkt, auf den du wirklich achten solltest. Wenn du zum Beispiel die Suchergebnisseitegebote um 100 Prozent erhöhst, dass du also für diese spezielle Positionierung deiner Anzeigen 80 Cent anstatt 40 Cent bereit bist zu bezahlen und hast noch die dynamischen Gebote, die entweder senken oder erhöhen aktiviert, dann ist es so, dass Amazon sich vorbehält, die beiden Sachen zu kombinieren. Und dann wird es halt wirklich, wirklich teuer. Das heißt, es kann dir also passieren, dass du 80 Cent bietest, weil du im unteren Teil für die erste Suchergebnisseite das so angegeben hast, hast aber oben die Option gewählt mit den dynamischen Geboten, bis zu 100 Prozent erhöhen und dann multipliziert sich das Ganze. Das heißt, du wärst nicht mehr bei 80 Cent, sondern du wärst auf einmal bei 1,60 Euro. Und dann gerät das Ganze außer Kontrolle und kann richtig teuer werden. Da solltest du also aufpassen, dass du nicht mehrere Sachen aktiviert hast, sonst wird es richtig, richtig teuer. Dann hast du noch die Möglichkeit, wenn du in die Kampagne reingehst, aber nicht in die Anzeigengruppe, auch hier wieder, dann nicht auf Kampagnen-Einstellungen zu klicken oben, sondern du klickst auf Platzierungen und dann siehst du folgende Maske. Und in dieser Maske kannst du auch wieder dasselbe regeln, was du in den Kampagnen-Einstellungen im unteren Teil regeln kannst. Das heißt, du kannst hier dein Gebot erhöhen für die erste Suchergebnisseite, du kannst dein Gebot erhöhen für die Platzierung auf den Produktdetailseiten und dann gibt es noch ein Feld sonstige Positionen, also quasi alle anderen Anzeigen. Da kannst du im Moment noch nichts eintragen. Wenn du es in dieser Maske einträgst, über den Reiter Platzierungen, hast du einen wirklich großen Vorteil, wenn es sich um eine ältere Kampagne handelt. Das heißt, wenn du vielleicht eine Kampagne aus 2018 noch angelegt hast, die auch schon Umsätze gefahren hat, dann bekommst du hier nämlich die Umsätze und die ACOS-Werte angezeigt. Und zwar pro Positionierung. Das heißt, ich kann in meine alte Kampagne reingehen, ich kann mich dort einloggen und kann sagen, ah, okay, auf der ersten Suchergebnisseite habe ich immer mit 10% ACOS konvertiert, auf der Produktdetailseite allerdings mit 35% ACOS und bei den weiteren Positionen vielleicht mit 20%. Dementsprechend kann ich dann meine Gebote einfach anpassen und kann sagen, alles klar, 10% ist ja mega gut, hier erlaube ich mir jetzt einfach mal den Klickpreis um 100% zu erhöhen, beobachte das Ganze natürlich über mehrere Tage und Wochen und teste das einfach mal aus. Im Gegenzug könnte ich bei der zweiten Positionierung, wo ich ja auf 35% laufe, mir das nicht erlauben, trage dort also 0 ein. Ein Negativbetrag ist hier leider nicht möglich, das heißt, du kannst hier nichts senken. Da habe ich für dich einen Special-Tipp, ein kleines Workaround. Und zwar kannst du einfach insgesamt dein Gebot senken und in den normalen Standardgeboten, wie du es kennst, also in der Maske, wie du das immer hast, wie du es in der Vergangenheit schon kanntest, dort halbierst du beispielsweise dein Gebot. Also anstatt 40 Cent würdest du dort 20 Cent eintragen, was ja potenziell eher gering ist. Aber wenn du jetzt hingehst und für die erste Suchergebnisseite 100% oder sogar 200% einträgst, dort also das Ganze aufdrehst und hochdrehst, dann hast du so ein bisschen getrickst und hast im Prinzip Amazon die Möglichkeit genommen, für die Produktdetailseiten, wo deine Anzeigen so teuer sind, so viel zu bieten. Gleichzeitig bietest du aber immer noch so viel oder sogar mehr, um auf die erste Seite zu kommen. Mit diesem Trick hast du also wirklich die Möglichkeit, hier nochmal strategisch vorzugehen. Klingt im ersten Moment ein bisschen kompliziert, macht aber absolut Sinn. Und das solltest du definitiv austesten. Egal, was du jetzt einstellst bei den ganzen Sachen, die ich dir eben in diesem Video erklärt habe, schau dir das Video vielleicht nochmal von vorne an, mach dir Notizen, überleg dir deine Strategie und rechne dir aus, was du dir leisten kannst. Ganz, ganz wichtiger Punkt hierbei ist aber noch, dass sehr viele Verkäufer versehentlich auf ihr Gebot optimieren. Das heißt, wenn ich sehe, mein ARKOS ist auf 60 Prozent, ich möchte aber gerne 30 Prozent erreichen und ich habe bisher 40 Cent geboten, dann gibt es viele Verkäufer, die hingehen und von 40 Cent auf 20 Cent reduzieren. Wenn ich aber sehe, in dieser Spalte CPC, die ich auch extra noch aktivieren muss, ich zeige dir mal kurz, wo du klicken musst, um das Ganze zu sehen und diese Spalte eingeblendet zu bekommen, das geht auch in der Werbung selber, dann musst du auf diese Spalte optimieren. Das heißt, dein Gebot ist möglicherweise 40 Cent, aber der tatsächliche Klickpreis liegt beispielsweise bei 30. Dann musst du natürlich diesen reduzieren. Das bedeutet, die 60 Prozent ARKOS, die du gerade hast, wurden mit einem 30 Cent pro Klickpreis erzielt. Und um den wiederum runterzubekommen, müsstest du im Schnitt rein rechnerisch auf einen Klickpreis von 15 Cent kommen und nicht von 20 Cent, sonst bist du immer noch drüber, über dein Ziel ARKOS. Jetzt kommt es natürlich auch wieder darauf an, welche Gebotstrategie du eingestellt hast. Wenn du zum Beispiel nur Senken eingestellt hast und richtest dann einen Klickpreis von 20 Cent ein, dann kann es durchaus sein, dass du bei 15 Cent am Ende rauskommst. Das passt dann, aber das einfach nur von mir als Hinweis, dass du darauf achten musst, dass dein Gebot nicht unbedingt identisch ist mit dem tatsächlich gezahlten Klickpreis. Ich denke, jetzt hast du erstmal einiges zu tun. Und jetzt solltest du einfach mal versuchen, dir zu überlegen, welche Strategie für dich Sinn macht. Kommt auch darauf an, welche Kampagnenstruktur du hast, wie viel Budget du hast. Du hast ja hier auch die Möglichkeit, weiterhin auf ARKOS zu optimieren. Macht das Sinn oder nicht? Das kannst nur du wissen. Du kannst auch natürlich hier eine aggressive Strategie fahren, um vielleicht deine Rankings zu unterstützen oder zu bestimmten Suchbegriffen möglichst weit oben zu erscheinen. Oder du hast da irgend so eine Mixed-Kalkulation laufen. Wie auch immer, überleg dir einfach, was für dich persönlich Sinn macht und wie du hier verfährst. Ich habe dir jetzt erklärt, wie du auch mit derselben Strategie wie letztes Jahr noch arbeiten kannst. Und ich hoffe, du hast verstanden, wie die neuen Möglichkeiten funktionieren und kannst dir das Ganze mal anschauen und hoffentlich auch gut umsetzen. Wenn du das machst, hast du definitiv einen Vorteil gegenüber vielen anderen Händlern, weil diese Strategie wirklich brandneu ist in 2019 und so gut wie nicht genutzt wird. Von daher, hau rein, viel Erfolg. Wenn du Fragen hast, mach dir gerne einen Telefontermin mit mir. Komm auf meine Seite, trag dich ein und wir quatschen einfach mal drüber, was ich für dich tun kann. Und ansonsten, wenn du Fragen hast, gerne in den Kommentaren. Hinterlass einen Kommentar mit deiner Frage oder schreib mir eine E-Mail an philipp.anmaklik.de und ich werde es in zukünftigen Videos gerne berücksichtigen. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann!